Hammer, Prämienerhöhung um fast 20% durch die DBK-PKV, holt mich hier raus, ich will in die GKV. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, mein Kunden, der ist knapp 53 Jahre alt, der hat ein Jahreseinkommen von knapp über 70.000 Euro brutto und der hat uns eine Rentenvorausberechnung vorgelegt, er wird mit Vollendung des 65. Lebensjahres mit 45 Jahren Wartezeit in Rente geht, rund 2.200 Euro brutto Altersrente haben. Er kam in unserer Kanzlei und legte uns eine Prämienerhöhung der DBK-PKV vor, ich zeige Ihnen das mal, da fallen Sie jetzt gleich in Ohnmacht, meine Damen und Herren. Wir sind auch tatsächlich in Ohnmacht gefallen, als wir das hier gesehen haben, das hat mir also sozusagen, da ist mir fast das Gesicht eingeschlagen. Und zwar zahlt er bis zum 31.12. diesen Jahres monatlich 495,98 Euro. Im Januar 2024 soll er für vergleichbare Leistungen 593 Euro bezahlen, das sind sage und schreibe 97,02 Euro pro Monat mehr. Das ist ein Preisanstieg der Prämienerhöhung durch die PKV DBK mit Schreiben vom 14. Oktober 2023 um sage und schreibe 19,5%. Das ist eine satte Erhöhung, das ist eine Hammererhöhung, die aus meiner Sicht absolut eine, es ist eine absolute Frechheit, was die DBK hier macht, aber das sind ja nicht die einzigen privaten Krankenversicherungen, die jetzt wieder die Preisspirale nach oben drehen. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen PKVen, also Allianzversicherungen und Co. das machen, aber die PKV hat hier definitiv eine Irrsinnspreiserhöhung um sage und schreibe 19,5% insgesamt durchgeführt. Und die haben auch, ich habe hier noch ein Zettelchen liegen, warum das so sein soll. Sehr geehrte Damen und Herren, also ich kann den Klarnamen nicht nennen. Die allgemein gestiegenen Preise machen sich auch im Bereich der Gesundheitsversorgung bemerkbar. Darüber hinaus entwickelt sich speziell die Medizin ständig weiter. Die Diagnose und Behandlungsmethoden haben sich in den letzten Jahren enorm verbessert. Infolge der Entwicklung erhöhen sich die Kosten sowohl in der privaten als auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also eigenartigerweise verknüpft die DBK wie alle anderen auch immer ihre gestiegenen Kosten immer mit denen der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber was hat denn die PKV mit der gesetzlichen Krankenversicherung zu tun? Jetzt kommt noch eine ganz billige Nummer. In der gesetzlichen Krankenversicherung liegt der Höchstbeitrag für einen freiwillig versicherten Arbeitnehmer ab dem Jahr 2024 inklusive der Pflegeversicherung erstmals über 1.000 Euro monatlich. Ja, meine Damen und Herren, das ist ganz klar. Wenn die Jahresarbeitsentgeltgrenzen oder die Beitragsbemessungsgrenzen steigen, dann steigt natürlich auch hier der entsprechende Beitrag für freiwillig gesetzlich Versicherte. Letzten Endes ist es aber so, ich kenne so viele Leute, die auch schon in der PKV weit mehr als 1.000 Euro im Monat zahlen müssen. Dass auch wir vor dem Hintergrund steigender Kosten die Beiträge erhöhen müssen, lässt sich leider nicht vermeiden. Und die haben jetzt hier einen unabhängigen Treuhänder geprüft und der hat der ganzen Sache zugestimmt. Also das heißt, die Preissteigerung ist über 5% und hier in unserem Fall sage und schreibe 19%. Und unser Mandant ist de facto stinksauer. Der sagt, nein, da mache ich nicht mehr mit und bittet uns sozusagen jetzt um Hilfe. Und die können wir ihm auch geben. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, gar kein Problem. Aber wir haben natürlich eine Lösung parat, wie wir ihn aus der privaten Krankenversicherung rausholen. Bevor ich aber die Lösung Ihnen sage, noch ein Hintergrund. Unser Kollege oder unser Mandant hat Berufskollegen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und die werden im Alter über die KVDR weit preisgünstiger Kranken- und Pflegekrankenversichert sein als er. Das heißt also im Grunde genommen hier eine wirtschaftliche Erleichterung, wenn er aus der PKV rauskommen würde. Ihm ist es letzten Endes auch völlig egal, ob er dann seine Altersrückstellung praktisch erhalten kann. Das ist ihm völlig egal. Er hat schlicht und ergreifend nur noch Angst vor der Altersarmut. So, wie machen wir das ab 1. Januar nächsten Jahres? Relativ einfach. Unser Kunde, so haben wir ihm geraten, soll bei seinem Arbeitgeber eine Vereinbarung über eine Brückenteilzeit machen und er soll schlicht und ergreifend einfach seine Arbeitszeit und sein Gehalt verringern. Mit dieser Maßnahme fällt unser Kunde automatisch im Jahr 2024 in die GKV zurück. Wir haben da mal gerechnet, dann würde sein Einkommen deutlich unter der Jahresarbeitsentgeltgrenze 2024 liegen. Die würde dann ungefähr bei, also knapp bei über 69.000 Euro liegen. Das heißt also, in dem Moment, wo unser Kunde, der unter 55 Jahre alt ist, in einer abhängigen Beschäftigung steht, unterhalb dieser JAEG liegt, dann in die gesetzliche Krankenversicherung zurückfallen. Dann haben wir noch eins gemacht. Wir waren mal neugierig. Wir haben mal geprüft, ob er denn bei Rentenantrag einer Altersrente, rein fiktiv, in die Krankenversicherung der Rentner kommen würde, wenn er ab 1. Januar nächsten Jahres sozusagen wieder in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist und dort auch Vorversicherungszeiten reinholen kann. Der Vorteil bei ihm ist, er hat drei Kinder und da haben wir einfach mal gerechnet und tatsächlich ist es so, wenn er zu einem bestimmten Termin, also zu einem bestimmten Monat mit Nachvollendung des 65. Lebensjahres seine Altersrente beantragt, das ist immer das Entscheidende, der Rentenantrag zählt hier, der Tag des Rentenantrags, dann würde inklusive der drei Kinder die entsprechende Vorversicherungszeit für die Krankenversicherung der Rentner sogar bei ihm ausreichen, obwohl er erst nächstes Jahr aus der privaten Krankenversicherung wechselt. Alles andere ist ihm letzten Endes völlig egal, ob er seine Altersrückstellung verliert. Er sagt schlicht und ergreifend, für ihn ist es eine gute Entscheidung, denn er will auf keinen Fall in Altersarmut fallen. Er findet auch die Erhöhung durch die DBK schlicht und ergreifend eine Riesen-Schweinerei. Meine Damen und Herren, ja so, das soll es gewesen sein. Einfach mal, dass Sie das auch gesehen haben, wie hier die Preiserhöhungen aussehen. Ich kann Ihnen das nochmal zeigen, damit Sie das also wirklich mal auch bildlich sehen. Bitte nicht genießen, sondern da kann einem nur Angst und Bange werden. 100 Euro mehr PKV-Prämie, das ist schon ein starkes Ding. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Wenn Sie Anfragen haben zum Thema Wechsel PKV in GKV, dann einfach unser Internet-E-Mail-Account anfrage-at-rentenbescheid24.de nutzen und Ihre Fragen oder Beratungswünsche hier hinterlegen. Wir werden dann Ihnen entsprechende Rückantworten senden. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Ciao, euer Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.